So Freunde, Jogi Löw hat gerade den 23er-Kader für die Fußball-Europameisterschaft bekannt gegeben und er musste ja vier Spieler streichen, um auf 23 Spieler für die EM 2016 zu kommen. Und da gab es doch faustdicke Überraschungen, liebe Freunde. Gestrichen wird Julian Brandt, Karin Bellarabi, Sebastian Rudi und Marco Reus. Insbesondere Marco Reus ist natürlich eine riesen Überraschung. Jogi Löw gab gesundheitliche Probleme bei Marco Reus als Begründung an. Der soll momentan in einer schlechten körperlichen Verfassung sein, sodass er wohl eine Europameisterschaft nicht adäquat durchspielen kann. Das ist natürlich eine riesengroße Überraschung. Damit hat ja keiner von uns gerechnet. Aber der Reihe nach, liebe Freunde, lasst uns den Kader der EM durchgehen und besprechen. Und vielleicht finden wir auch über ein paar Spekulationen heraus, warum mancher Spieler nicht dabei ist. Fangen wir an. Ja, im Tor gab es natürlich keine Überraschung. Da sind weiterhin Manuel Neuer mit dabei, Bernd Leno und Marc-André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen und Bernd Leno konnten sich in der Regenschlacht gegen die Slowakei allerdings nicht sonderlich auszeichnen. Es war aber auch nicht damit zu rechnen, dass Jogi Löw hier eine Veränderung vornehmen wird. Also von daher, Haken dran, Manuel Neuer ist die Nummer 1. So, in der Abwehr hat Jogi Löw, na klar, Jerome Boateng nominiert, Max Hummels, Emre Can, Jonas Hector, Benedikt Höwedes, Skotra Mustafi und Antonio Rüdiger. Nicht geschafft hat es Sebastian Rudi. Das ist für mich auch eine kleine Überraschung. Klar, Rudi ist natürlich nominell der schwächste Verteidiger von denen. Wahrscheinlich bräuchte er noch ein bisschen, aber in den Partien der Nationalelf hat er durchaus als Rechtsverteidiger überzeugen können. Also es gab ja einige Klärungsaktionen, wo Rudi auch im Spiel gegen die Slowakei als letzter am Ball war. Und ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Löw Rudi nominieren wird und dass er vielleicht sogar der Rechtsverteidiger bei der Europameisterschaft sein kann. Stattdessen ist diese Position natürlich wieder offen und wir werden sehen, ob das eventuell durch Benedikt Höwedes ausgeführt wird, durch Emre Can oder durch einen ganz anderen Kandidaten. Wir bleiben gespannt. Im Mittelfeld hat Jogi Löw Julian Draxler nominiert, Samy Khedira, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Lukas Podolski ist auch wieder dabei, André Schürde, Bastian Schweinsteiger und Julian Weigl. Hier sind im Endeffekt alle Jungspunde mit dabei. Also Julian Weigl ist dabei und Joshua Kimmich auch. Da hatte man überlegt, ob die vielleicht gestrichen werden. Nein, das ist nicht der Fall. Joshua Kimmich und Julian Weigl sind weiter in der Verlosung und werden an der Europameisterschaft teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Nicht dabei sind allerdings Karim Belarabi. Das ist natürlich auch eine Überraschung. Er wurde häufiger eingewechselt bei der DFB-Elf und er hat oft auf der rechten Seite für Belebung gesorgt. Scheinbar sagt Jogi Löw sich, er ist so gut auf dieser Position besetzt, dass er Karim Belarabi momentan nicht für eine Europameisterschaft benötigt. Und der allergrößte Knaller ist natürlich, Marco Reus wurde nicht nominiert. Da führte der Bundestrainer ja gesundheitliche Gründe an, dass es ihm aktuell sehr schlecht geht und er in einer schlechten körperlichen Verfassung sei und eine Europameisterschaft bei den Bedingungen wohl nicht durchstehen kann. Das ist wirklich eine faustdicke Überraschung. Ja, und im Sturm gibt es eigentlich auch keine Überraschung. Mario Gomez ist dabei, Mario Götze, Leroy Sané konnte sich scheinbar so gut behaupten und so gut in den Vordergrund spielen, insbesondere im Spiel gegen die Slowakei. Da hat er ja auch gute Szenen gehabt, insbesondere in der ersten Hälfte, dass Jogi Löw nicht auf ihn verzichten möchte. Wie geht es jetzt weiter für die DFB-Elf? Der Kader steht, ist allerdings noch nicht zu 100% final. Sobald sich natürlich ein Spieler verletzt, kann es sein, dass ein Spieler nachnominiert wird. Das war ja schon bei der WM 2014 der Fall, als Marco Reus sich auch damals schon verletzt hat. Das ist natürlich durchaus ein Unglücksrabe momentan. Und für ihn wurde Skotra Mustafi nachnominiert. Auch das ist natürlich weiterhin möglich. Aber wir gehen erstmal mit diesem 23er-Kader scheinbar in die Europameisterschaft rein. Am 4.6. steht das nächste Testspiel an, und zwar gegen Ungarn. Und da wird Jogi Löw sicherlich weniger experimentieren und versuchen schon eine Stammformation zu finden. Und am 12.6. geht es dann los mit dem ersten Gruppenspiel gegen die Ukraine. Das wird natürlich auch eine spannende Geschichte. Die Ukraine ist sehr defensiv. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie wir auflaufen werden. Ich habe euch einmal zwei Videos eingeblendet. Ihr könnt bei mir nochmal die Analyse des polnischen Kaders sehen. Oder beim EM-Quiz mitmachen, welche Nationalmannschaft wird hier gesucht. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Leute, was denkt ihr zum EM-Kader? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Sind wir damit gut aufgestellt, um ins Finale zu kommen? Leute, bleibt am Ball. Macht's gut. Euer Sören. Ciao.